Wir haben uns gedacht, wir wollen euch gerne noch ein ganz besonderes Schmankerl, also eine kleine Entspannung für zwischendurch mit auf den Weg geben. Die Teilnehmer, die regelmäßig bei mir wie Yoga sind, haben das bestimmt auch schon mitgemacht, und zwar ist das immer diesmal, das ist eine Tiefenentspannung aus dem Yoga. Und mein Lieblingsbuch ist von der Barbara Kündig, das kann ich Ihnen sehr empfehlen, da ist eine CD dabei, da kann man das zuhause nämlich auch schön genießen. Aber jetzt genießt einfach hier, legt euch auf den Matten. Schaut jetzt, dass euch gar nichts stört, dass ihr wirklich ganz entspannt liegen könnt. Und dann achte darauf, dass deine Füße hüftbreit auseinander liegen. Die Zehen fallen locker nach außen. Deine Arme liegen seitlich neben deinem Körper. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Versuche während der gesamten Zeit bewegungslos liegen zu bleiben. Schließe deine Augen. Und halte deine Augen die ganze Zeit geschlossen. Atme tief ein. Und wenn du ausatmest, nimm wahr, wie sich alle Sorgen des Alltags verpflichten. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit während der folgenden Atemzüge bewusst, beim Einatmen und beim Aushaken. Und nimm dir den Vorsatz, ich bleibe während der gesamten Übung wach. Bleib einfach bequem und entspannt liegen. Und folge den Anweisungen. Lass dich nicht von Gedanken abhängen, die in deinem Kopf auftauchen. Schenke ihnen keine Aufmerksamkeit. Erlaube dir jetzt, ganz ruhig zu werden. Und bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Körper. Nimm die Entspannung und die innere Ruhe wahr. Fühle, wie dein ganzer Körper entspannt ist. Fühle, wie dein ganzer Körper schwer ist. Fasse jetzt den Vorsatz, ich lebe ruhig und gelassen. Und sage dir diesen Vorsatz innerlich dreimal auf. Stelle dir den Satz auf einem Stück Papier geschrieben vor. Dieser Vorsatz soll sich in deinem Leben verwirklichen. Beginne jetzt mit deiner Aufmerksamkeit eine Reise durch deine Körper. Bleibe dabei aufmerksam, aber konzentriere dich nicht zu sehr. Bring deine Aufmerksamkeit nun zu den folgenden Körperteilen. Rechte Hand, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Rechte Hand, Innenfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schultern, Rechte Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Sohle, Rechte große Zehe, Zweite Zehe, Dritte Zehe, Vierte Zehe, Vierte Zehe, Fünfte Zehe. Bring deine Aufmerksamkeit nun zu folgenden Körperteilen. Linke Hand, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleiner Finger, Linke Hand, Handinnenfläche, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schultern, Linke Hüfte, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Sohle, Linke große Zehe, Zweite Zehe, Dritte Zehe, Vierte Zehe, Fünfte Zehe. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Rücken. Rechtses Schulternloch, Linkes Schulternloch, Wirbelsäulen, Gesangter Rücken. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu, Scheide, Stirn, Augen, Ohren, Wangen, Nase, Mund, Kinn, Falz, Brust, Bauch. Bleibe wach, Aufmerksam und ruhig. Bring deine Aufmerksamkeit nun zu folgenden Körperteilen. Rechtses Bein, Linkes Bein, Beide Beine, Rechter Arm, Linker Arm, Beide Arme, Rücken, Bauch, Kopf. Nimm jetzt deinen ganzen entspannten Körper warm. Den ganzen entspannten Körper. Bleibe wach, Aufmerksam und ruhig. Dein Körper liegt ruhig und entspannt auf deiner Matte. Du siehst in deinem Geist, wie dein Körper ruhig und entspannt auf deiner Matte liegt. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu deinem Atmen. Nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Verändere deinen Atmen und muss nicht. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit beim Einatmen und beim Ausatmen. Konzentriere dich auf die Bewegung deines Bauches. Achte darauf, wie sich dein Bauch bei jedem Einatmen hebt und bei jedem Ausatmen senkt. Und fühle jetzt wie dein ganzer Körper ganz schwer wird. Und nimm nun wahr, wie dein Körper immer leichter wird. und fühle, wie dein Körper ganz kühl ist. Nimm jetzt wahr, wie dein Körper immer wärmer wird. Stelle dir nun die folgenden Bilder in deinem Geist vor. Berg 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 Baum Höhe Blumen Blumen Weg Mond Kerzen Kerzen Pack Wiederhole jetzt dreimal für dich den Vorsatz, ich lebe ruhig und gelassen. Dieser Vorsatz wird sich in deinem Leben verwirklichen. Komm jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Körper zurück. Dein Körper liegt ganz entspannt auf deiner Matte. Du atmest ruhig ein und aus. Lass die Augen geschlossen. Beginne ganz langsam deine Hände und Füße zu bewegen. Bewege deine Arme und Beine. Beginne ohne Eile dich zu regeln und zu strecken. Vielleicht möchtest du gehen. Oder auch noch mal klein machen, die Knie an den Körper heran. Vielleicht ein wenig nach rechts und in schauen. Bewege deine Hände vor den Herzenskranken. Verneige dich vor dir selbst. Bedanke dich bei dir und deinem Körper für die Zeit, die du dir genommen hast. in der du nur für dich da warst. Und du hast es gerade schon gehört. Bleib ruhig und gelassen. Egal was uns die folgenden Tage noch bringen werden. Namaste. Die Hände